Ja, da als nächster Programmpunkt, geschätzte Gäste, kommt ein ganz großer des Humors. Ein ganz großer des Humors, der eigentlich persönlich heute nicht kommen konnte, aber der einen würdigen Vertreter geschickt hat. Ihr kennt ihn alle von früheren Zeiten. Er hat große Konzertsäle gefüllt mit seinem Namen. Und heute hat er einen würdigen Vertreter geschickt. Es ist einer, den jeder kennt, vom Opa bis zum Kleinkind. Es ist einer aus der Obersteiermark, euch in Erinnerung, der mit vielen bekannten Gruppen durch die Lande gezogen ist, ganz Europa bereist hat und vor allem gibt es in der Steiermark kein Dorf, wo er nicht schon war. Ein bisschen dürft ihr noch raten. Und jetzt darf ich es euch verraten. Es ist niemand geringerer als der kleine Freddy, heute in Rohrbach bei der Forschingssitzung. Musik 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 Das ist Überschuld. Weißt, meine Mutti, das ist ja so modern. Der geht immer oben ohne und da muss er die kalte Milch saufen. Und dann sind wir mit ihm gegangen zum Doktor und da hat ihn der Papa auch gern untersorgen lassen. Und der Papa hat gesagt, er hat alle weiß ein Kupfe. Da drinnen. Und ich bin mit reingegangen. Ist ja wurscht. Ich hab zur geschaut. Und da hat ihm der Doktor reingeschaut. Von dem Mund. Von dem Mund hat er ihm reingeschaut und da gesagt, ich sehe nichts hier ein. Ja, sagt der Papa, schauen Sie weiter runter. Und da hat er mir der Doktor weiter runter geschaut und da sagt, gesund sind Sie gesund. Aber tristene Sacken haben Sie auch. Ja, sagt der Papa, ich kann nicht gesund sein. Wenn ich immer so einen Druck da drinnen habe. Ja, sagt der Doktor. Rauchen Sie? Nein, sagt der Papa. Trinken Sie? Nein, sagt der Papa. Und der Papa. Und der Herr, wie schaut aus mit den Frauen? Der interessier mich nicht. Ja, sagt der Arzt. Haben wir schon. Ich weiß schon, was ich Ihnen da so trage. Der Heiligenschein. Und weißt du was? Da sind einmal zwei Bernardiner zusammengekommen. Und die haben jetzt so gespielt miteinander. Und da haben sie so geredet. Und auf einmal ist so ein kleines Pufferl zugekommen. Und hat gesagt, grüß euch, grüß euch, grüß euch. Und der erste Bernardiner hat das Pufferl gesehen und ist davon geredet. Und der zweite Bernardiner sagt zum ersten. Du feiger Hund. Jetzt bist du von den Puffern davon geredet. Ja, sagt er. Den kenne ich, mein Lieber. Den kenne ich. Der hat eine unheimlich kalte Nase. Immer, wenn der bei mir gerufen hat, habe ich oft einen Blasenleinhahn gezeigt. Und weißt du was? Meine Mutti und ich, wir waren im Laufe der Allmann. Und meine Mutti hat so ein rotes Kleid angehabt. Und war drin, was da war. Mein roten Kleid. Dann ist der Stier dahergekommen. Und dann sind wir gesatzt. Da sind wir oben gerinkt. Und der Stier hinten ab. Und da sind wir oben teufelt über die Wiesenherd. Aber der Stier, er ist nicht ganz zugekommen. Weil wir mal davon geredet sind, ist der Mutti nämlich eine Handschuh abgefallen. Und der Stier hat den Handschuh gesenkt. Und dann hat er gelacht. Ja, dann hat er gelacht. Dann hat er gleich aufgekommen. Hat sich umgedreht. Und dann ist er an der Kuh nachgerannt. Und dann hat er immer geschrien. Fräulein! Fräulein! Hat er zu der Kuh gesagt. Fräulein, schau uns um! Sie haben ihnen BH verloren! Und wenn du was? Weil wir alle drei gern trinken, waren wir beim Oktoberfest. Der Papa, die Mutti und ich. Und da haben wir aus der Gaudi gekauft, heißt. Da waren so viele Rauschige. Die waren so rauschig. Da bin ich hinter das Gefühl. rumgegangen. Und da waren zwei umeinandergegangen in ihren Rausch, heißt. Da hat sie gar nicht mehr Oktoberfest sagen können. Sie hat immer nur gesagt, Otto-Tuner-Fest. So rauschig waren die Leute, heißt. Und der Papa, der hat auch einen Rausch gehabt. Und auf einmal ist ihm die Fresserei von sich rausgeflogen. Und da ist gleich ein ganz Hund dazu gekommen. Und hat so ein Fressen angefangen. Und dann hat sich der Papa eine Maus gehängt. Dann hat er gesagt, dass ich 26 Maus getrunken hab, weiß ich noch. Aber wie ich den Hund weggeputzt hab, kann ich mich nix erinnern. Dann hat sich so die Mutti schrieniert und hab gesagt, nein, Arztog. Mit denen können wir nicht mehr da bleiben. Aber jetzt gehen wir heim, Papa. Und dann sind wir ausgegangen von Oktoberfest. Und dann ist er auf einem Kanalgitter aufgeflogen im Gesicht. Dann hat er geschrien, der Papa. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Nein, hat die Mutti gesagt, mit denen können wir nicht mehr weitergehen. Da müssen wir ein Taxi rufen. Und dann haben wir ein Taxi gerufen. Und der Papa wollte einsteigen. Die Mutti hat angeschoben, hat der Taxifahrer gesagt, mit denen offen werden sie immer da aber nicht einsteigen. Und dann hat sich der Papa gleich umgetragen und gesagt, was gehört, Aldi? Du musst zu Fuß gehen! Und dann sind wir gefahren mit der Straßenbahn. Und da ist der Schlaftner dahergekommen und hat so Kleingeld hergerichtet. Und dem Papa ist so eine Dame gegenüber gestanden. Und da ist ein Gott über die Straßen gerannt. Und die Papa hat es zurückgehauen. Und die Dame, die hat so ein liebes Dienst gehabt. So ein liebes Dekolleté. Da hat die Sparkasse genau rausgeschaut. Und genau in der Sparkasse ist der Mark eingefahren. Die Dame hat geschrien. Können Sie nicht aufpassen? Die kohle Mark, hören Sie? Und dann hat sich so umeinander gezuckt und umeinander beigelt. Und unter dem Kitzel angegriffen. Und dann ist es gegangen. Bim, 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 bim. Es sind zehn, zehn Pfennigstücke rausgekommen. Und die Dame zum Papa gesagt, Sollt ganz als Nacht hinein nichts aus. Ich bin gerade in die Wechseljahre. Der Kreislauf des Lebens. Wisst ihr, was das ist? Der Kreislauf des Lebens? Nicht, ist ganz einfach. Sagen wir, da ist ein Wurm. Und dann kommt der Frosch. Und der Frosch, der frisst den Wurm. Und dann kommt der Storch. Dann kommt der Storch daher. Und der frisst den Frosch. Und der Storch, der hat meinen kleinen Bruder gebraucht. Und der hat wie der Wurm gehabt. Wisst ihr, was mit euch waren so Murzheiz heute? Ja, wir haben eine Murz gaudi gehabt, gell? Vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Wie ist's hier glunzen? Dann unterholt's euch heute noch gut. Also grüß euch heute. Wiederschauen. Haiv! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.